Hallo, ich bin Cameron und jetzt bin ich in Taipei, Taiwan. Ich bin nur wo ich gekommen bin, in das Land von Chicago bis Taiwan. Und danach will ich noch einmal auf einen Aeroplan gehen, von Taipei bis Brisbane, Australien. In Brisbane ist die Zeit wie Mittag und in der Heim in Chicago ist es wie eine Wetterzeit. Mein Mittag, Slash, Wetschere ist, es ist Lokschen und es ist Boba-Tee. Und öfter noch ein Tee, was ihr seht, aber ich weiß nicht, Punkte soll, was es ist. Bleib gesund, vorgesund, aus Gesundheit.